Untertitelung des ZDF, 2020 die im UBOLOS dazugegeben haben, dass sie überhaupt nicht in das heutige Europafest stattfinden kann, hier in Bochum, sondern auch die 800-Jahr-Feier mit mehreren Veranstaltungen, die es schon gab und die auch noch anstehen werden. Ich erinnere nur an das Sommerfest am 21. Mai. Da darf meine Kollegin Sina Kölkers noch ran und freut sich schon, wie wolle, oder auch 15.6. großes Open Air mit Felix J. Karten kommen möchte, der kann das jetzt noch tun, wird auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. So, jetzt wird die Bühne schon ein sehr erfahrenes Tröppchen. Auch da, im Vorfeld, habe ich mir so ein paar Videos angesehen, was man einfach mal ohne Instrumente nur mit reiner Stimme machen kann. Das ist schon Wahnsinn und da werden wir gleich richtig schon... Das sind alles, wenn ich es richtig verstanden habe, Musiklehrerinnen und Musiklehrer, der Akmene Maior Kunstschule. See you next time. So, drive. Minus D30 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh